Lesung aus dem 1. Johannesbrief Liebe Schwestern und Brüder, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch offenbart, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Wort des lebendigen Gottes. Amen. Ich habe es in der Vorbereitung gar nicht so einfach gefunden, dazu Gedanken zu finden, die ich sagen kann, außer dass Gott die Liebe ist. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht muss ich von hinten anfangen. Das sind vier Verse in dieser Lesung. Und im vierten Vers heißt es, dass nicht wir Gott selbst geliebt haben, sondern er und uns. Wenn wir dann noch ein Stück zurück in den vorletzten Vers gehen, dann heißt es, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Damit wir durch ihn die Liebe erkennen. Und wenn wir diese beiden Dinge wissen, dann können wir darauf schließen, dass Gott die Liebe ist. Weil wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist die Liebe. Und daraus kommt dann in dem ersten Vers die Aufforderung, dass wir einander auch lieben sollen. Weil eben weil die Liebe aus Gott kommt und er uns zuerst geliebt hat, dann können wir die Liebe erkennen. Und dadurch können wir uns fragen, woran erkennen wir Gott auf der Erde. Und da ist für mich immer wieder die Antwort, auch durch andere Menschen, durch Begegnungen. Das heißt, indem wir andere lieben, können wir auch Gott erkennen und auch Gott lieben. Und mir ist dann die Frage gekommen, oder der Gedanke gekommen, dass ich mir immer wieder bewusst machen möchte, wofür ich hier bin, wofür ich da bin, wofür ich bestimmte Dinge zuhören. Und da ist für mich immer wieder die Antwort für Gott oder weil ich Gott liebe. Und das zeigt sich eben auch genau in der Begegnung mit anderen. Das ist, finde ich, auch das Schöne, dass ohne andere Menschen, ohne die Begegnung mit anderen, könnte ich auch nicht glauben, könnte ich auch nicht Gott erkennen. Und das möchte ich uns auch für den heutigen Tag mitgeben, dass wir uns bewusst machen, wofür wir da sind, wofür wir lieben, wie wir Gott erkennen. Und dass wir auch bewusst in den Begegnungen mit anderen Menschen leben. Und das ist, finde ich, auch für die Begegnung mit anderen Menschen, sein, wenn wir die Begegnung haben.